Herzlich Willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Seven Continents TV, dem Run for Voices. 7 Kontinente, 70 Länder, 700 Vorträge. Mein Ziel dabei, Jugendlichen auf der ganzen Welt eine Stimme zu geben. Und heute kommen wir auf ein Thema zu sprechen. Auch da haben viele Fragen eingegangen über Facebook, nach Vorträgen. Immer wieder die Frage, wo läufst du denn jetzt genau überall hin? Wie sehen deine Etappen aus? Und Seven Continents, das Projekt, der Lauf hat ja insgesamt neun große Etappen plus Kick-Off in Deutschland in diesem Jahr. Und ich halte mich ja da bewusst immer noch so ein bisschen bedeckt, weil ich ganz ehrlich, ganz offen nicht abschätzen kann, wie die nächsten drei, vier, fünf Jahre aussehen werden. Auch wie die Länder, durch die ich laufen werde, politisch, von der Sicherheitslage, was alles passieren wird. Deshalb, was feststeht, ist das Kick-Off dieses Jahr. In Deutschland geht schon bald los im Oktober 2018. Und vor allem, und da freue ich mich auch ganz besonders drauf, dann im Frühjahr 2019 die erste, ja richtig lange Etappe zu starten, von Berlin nach Istanbul. Also, so lange bin ich bis dato noch nie gelaufen. Also alles, was ich vorher gemacht habe, in Wüsten, verschiedenste andere Projekte, Expeditionen, ich bin noch nie. Es werden so knapp 2500 Kilometer werden, von Berlin nach Istanbul zu Fuß. Kenne ich noch nicht. Also wird komplettes Neuland werden, vor allem durch acht verschiedene Länder. Ich werde in Berlin starten, bisschen durch das schöne Deutschland laufen, dann durch Tschechien, kurze Abstecher in Österreich und Slowakei machen, vor allem die Hauptstädte in Wien, in Bratislava, bevor es dann lange Etappen durch Ungarn, Serbien und Bulgarien geben wird. Also drei Länder, die ich bis dato noch gar nicht kenne. Komplettes Neuland für mich. Und last but not least durch die Türkei bis Istanbul. Und da freue ich mich ganz besonders. Istanbul für mich eine besondere Stadt. Die Stadt auf zwei Kontinenten. Die Verbindung zwischen Europa und Asien. Ich war erst einmal dort, durfte einmal dort sein und ich war geflasht. Ich war fasziniert von der Größe, von der Vielfalt an unterschiedlichsten Kulturen, Menschen aus verschiedensten Ländern, die sich dort tummeln, die dort leben. Und deshalb war für mich klar, ich möchte nach Istanbul laufen, auch aus der Symbolik her, eben die Stadt auf zwei Kontinenten zwischen Europa und Asien gelegen. Und vor allem auch deswegen, weil ich 2020 dann auf Asien weiterlaufen werde. Also das wird so meine erste große Etappe. 2500 Kilometer von Berlin nach Istanbul. Acht Länder und ich werde nicht alleine unterwegs sein. Auch die Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Läufst du alleine? Läufst du mit deinem Benpacker? Läufst du mit Team? Und komplett alleine halte ich für schwierig. Schwierig auch deswegen, weil ich das Projekt natürlich mit den Stimmen, mit den Begegnungen, mit den Jugendlichen natürlich richtig dokumentieren möchte. Ich habe einen Kameramann dabei. Ich habe einen Fotografen dabei. Ich habe auf jeden Fall auch einen Betreuer dabei, der mich mit dem Begleitfahrzeug betreut, begleitet, dabei ist. Also ein kleines, feines Team, die mich auf der ersten Etappe von Berlin nach Istanbul begleiten werden. Und ja, so ein knappes Jahr habe ich jetzt noch. Und freue mich jetzt schon, so die ersten Steps auch zu gehen. Die Grobplanung steht. Die Route steht jetzt zum großen Teil fest. Und wie gesagt, das Team steht. Und freue mich dann, so die nächsten Schritte zu gehen. Vor allem aber erstmal durch Deutschland zu laufen im Oktober. Und ja, wird immer konkreter das gesamte Projekt. Und wenn du noch Fragen hast zum Kick-Off in Deutschland, zur ersten Etappe von Berlin nach Istanbul, zu anderen Themen zu Seven Continents, schreib mir eine Mail, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich. Und freue mich auch, wenn du das ganze Projekt teilst. Bei deinen Freunden, im Bekanntenkreis, Menschen, die du kennst. Erzähl davon, Berichte von dem Projekt Seven Continents. Oder gerne auch, beantworte eine oder gerne mehrere der sieben Fragen. Und alle Infos, die Links findest du in den Shownotes zu dem Videobeitrag. Und last but not least, mir geht es darum, auch Veränderungsprozesse anzustoßen. Bei Jugendlichen, nicht nur bei Jugendlichen. Denn ich bin überzeugt, wenn wir uns verändern, jeder für sich, haben wir die Möglichkeit, auch da draußen, in der Welt, im Großen was zu ändern. Aber jede Reise, jede persönliche Reise startet erstmal bei dir, bei dir selbst.